Jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde zählt. Ich dachte, jetzt haben wir ihn. 24 Stunden bis zum Mord. Immer mittwochs um 20.15 Uhr bei Kabel 1 Doku. Die Mannschaftsquartiere der Brand Delta wurden 60 Meter von den Gas- und Ölverhaltenen Ihrer technischen Superlative. Diese Sendung können Sie auch viermal schärfer in Ultra HD erleben. Alle Infos unter kabel1doku.de